Ich bin extra in so eine strahlend verseuchte Gegner Scherneweg gefahren, weil es nur hat mir da Obst geholt. Nein. Spaß beiseite da. Ist nicht witzig, was da passiert ist. Guck mal, ich hab die voll verarscht. Da brauch ich gar nichts mehr machen, ey. Ich hab die normalen angeschlupft gerade, aber... Guck auf die Zeit, Guck auf die Zeit, Stefan! Jo. Ich zock morgen erst wieder vorlaut, ey. Geht's gleich aufwenden, ja. Vielleicht heute auch noch was machen, aber... Ich hab extra auf dich gewartet, ich bin extra nicht zum Ball gegangen. Ja, ich hätte mir nicht gedacht, dass der eine Typ auch so weit rauskommt, dass ich ihn besser abziehen können. Mach ihn rein! Ich hab den extra Weg geholt in den Torwart. Geh hin! Geh hin! Ich geh hin! Achso, ich hab nur geh hin verstanden. Woah, das hätte ich nie machen sollen. Woah. Ich hab dich da zu fliegen! Huch! Boah, ist so blöd. Boah, der war nicht so doof. Scheiße! Boah, der Aldi, ey! Ja! Ja, der ist drin! Stefan, du Sau! Boah! Oh Hoho! Wofür offen. Geh hin. Na och ho. Na hättest du ruhig machen können. flexor. Ja! Ich bin nur mit weggefahren, falls du das so. Ja... und wenn du den auch so das ist nicht so geil auch der war scheiße pass auf, pass auf, pass auf wenn der nicht drin ist dann weiß ich... ah du alten Lakai oh, pass auf, pass auf, pass auf sehr schön scheiße ah viel Sprung oh der kommt gut boah ja, ja, manchmal ist er echt durchvoll die kriegen von Abzug hin hm die kriegen wieder mal von Abzug hin die gehen gleich bestimmt wieder auf schön ah ja ah, Mann zauern die mich hier weg immer ich kann grad keinen Angriff ausfahren, weil der mich ständig kippt, der Affe pass auf oh ja oh, ich glaub der ist zu hoch, oder? boah toll was ist denn los gerade hier das sind glaub ich das sind glaub ich die Nicknacks, Stefan willst auch ein paar hehehe also das gekänncht hat schon an, doof halt Nein, so weit! Scheiße! Werden wir bestandhaft, oder? Ja, ja. Aber beim besten Willner schaffen die nicht mehr. Die Kinder müssen einfach ein Tor gebacken, ey. Kriegt er eh nicht. Hahaha! Für Tore, ey. Er war jetzt geschenkt, ey. Ich verstehe das mit den Punkten immer noch nicht. Wir gewinnen so hoch und kriegen nur 6 Punkte, ey. Das ist unglaublich. Wenn du verlierst, dann werden wir 80 Punkte weg. Eine Million Minus. Hm. Hm. Wie ist es? Vielen Dank. Nein. Ich bin so doof, ich hätte den locker reinmachen können, ey. Ich hab den so verarscht, ey. Nein. Oh, fuck. Jawohl, der ist drin. Nein, ich hab gerade zwei einen Inks gegen Geforst, einen Rätser. Hast du das gesehen von innen? Nein, ich hab nur den Inks gesehen. Nein. Arschkneit. Nein. Aber was du, ne? Na klar. Wenn man außen startet, ist man immer näher. Okay. LOL. Ich hab die Internetverbindung weg. Und da war mein Internetverbindung weg, Stefan. LOL. Ernsthaft? Geh du, ne? Ja. Oh, man, da war richtig wohl. Ja, Stefan. Danke. Oh, man, da kam richtig ein Scheiß, ey. Ich hasse diese Bälle, wenn die so an der Wand sind, ey. Oh. Der wollte gerade schießen, damit ich den einfach wegauern. Nein. Ich wollte zum Tor fahren. Komm jetzt. Ah. Oh, ernsthaft? Ja, ich wollte... Das sah so komisch, das sah bei mir aus. Ich hab den verlängert, sonst wäre der, glaub ich, reingegangen jetzt, ey. Aber muss ich auch noch so ein bisschen üben. Also echt, wie hoch ist die? Sag doch, was du, dass du den lieben bist. Warte direkt. Okay, ich schiebe rein. Oh, sag doch, dass du er. Na, abwärker, na. Na ja.